Ist ja nicht platt, nein. Nein, glaube ich, einmal noch. Mann. Komm schon, das letzte Mal. Komm schon, komm schon, komm schon, lass danach nicht abstürzen. Ja, down. Endlich geschafft. Meine Fresse, ey. Muss ich ja gleich saven. Ja, musst du. War schon so ein Scheißakt, echt. Sicher? Oh, scheiße, ich bin auf der Aufladen, das hast du gekommen. Hm, du mich auch. Guck mal, der zuckt dahinter so. Ja, 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 ja. Spack. Kremkai. Kremkai, äh, F2 gesaved, habe ich. Gemarket. Weedie. Hey, kack, Mann. Ja, aber ein Safe warst du. So, das schaffst du nicht. Nee, ich schaff das glaube ich nicht. Naja. Das war nicht so gut. Ja, ich merke das mit, wenn du mit der spielst und ich's drehen machst und das im Flugstand ist, ist das ein bisschen bescheiden. Ja, ne? Finde ich auch. Finde ich auch. Die sind aber auch noch passend da, diese Libellen. Ja, ja. Jetzt rüber. Ah, einfach weiter. Alles klar. Einfach weiter, ne? Tja, das musst du jetzt schaffen. Jetzt springst du. Boah, das ist so gemein, ne? Hallo? Antworte mir. Antworte mir. Hm. Oder brauchst du konzentriert schon sterben. Schade. Yes. Der Penis hat's doch noch geschafft. Den, 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 den. Den, 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 den. Den, den, den. Den, 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 den. Ich tu saven. Ja, mach mal. Wenn du, wenn du gleich nicht drückst. Mach mal. Mach mal, mach doch mal. Nicht drücken, bitte. Nicht drücken, nicht drücken. Gesaved. Lalalala. Aber warte mal. Nichts machen. Ich mach mal eben so. Hab ich zwei Slits gespeichert. Dann kann ich nicht überspeichern. Ah. Darf ich? Ja, natürlich. Mmh, Lasagne. Mann, du dreckst. Aber heute lecker. Okay, steh doch mal, du alte Dreckst. Nee, richtig gute Lasagne gemacht. Autsch. Das fände ich gut. Das level ist der Hammer. Mach jetzt mal aus. Wenn sie, wenn die Fässer sich nicht drehen, ne? Kannst du die Hand drehen. Ja, kann ich das. Ja, was sind das für Spaß? Fick dich. Ich wünsche dir viel Spaß in diesem Lipp. Fick dich. Klappermisier. Lecker ist so gemein. Was? Keine Ahnung. Lecker ist so gemein. Lecker ist so gemein. Ich bin so gemein. vor allem das ist schon wieder das schiff komm was kommt jetzt wird das kommt jetzt für schwierigkeit die musik ist auch keine ich kann auch so hoch springen sieht man ja die schnade unterschiedlich kann er das ja ja er kann das ich kann ja schon ich glaube das können alle tiere nicht ja der fisch kann es glaube ich nicht ich bin so schlecht jetzt weißt du was ich meine mit den fässern knapp hallo wir haben sogar gesichter ja ich weiß wir machen uns halt so immer drückt falsch ehrlich ich hasse das schlimmste level also ich kenne ich habe nicht gleich auch fünf minuten noch oder vier und ein kleiner kart angesagt ja aber wir nehmen uns schöne halbe stunde packets auf ja weil wir voller menschen sind und das kürzen wir dann in 10 minuten parts damit wir den content content noch zehn mal strecken ja klar 15 guckt sich doch eh keiner mehr 15 minuten parts an also ne ich ja aber egal ja ich gucke mir sogar 20 minuten parts an kommt drauf an was für ein spiel das ist guck mir doch wo es eine stunde dauern über den zweiten weltkrieg wahrscheinlich über hitler klar klar kann das sein hitler hitler allein das alte schwein ihr seid ihr seid so wie du los wie du los dem hier irgendwas ist dort unten da will ich aber nicht freiwillig hin doch never doch doch dann auch so wieder ob das geht klar ist hier doch gar nichts er ist da nicht so wie ich einfach mal riskieren kein meter mehr hier bei dem spiel Oh man Ist das so schlecht Was denn safe? Jetzt kannst du ja runterspringen Noch mal zurück und runterspringen Was machst du denn da? Am Verschießen die ganze Zeit Wobei da keiner ist Wie in der Zeit glaube ich Eigentlich schon so klein bisschen buggy oder? Ne warum? Sollte der nicht eigentlich vorschießen? Alter was ist grüner Krokus Grüne Krokus die springen Nein Oh nein Ich hab schon ne Vorahnung Tja Tja lalalala Da ist irgendwas So rückteilen und hochspringen Yes 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 here we go Here we go Here we go Here we go Da haben wir die Sterne Vom Himmel Mal überlegen ein kleines 64 Singleplayer Projekt anzufangen ne Mach das Mh Super Kario Super Karios Wo sind denn jetzt ne vier Meinst du Meinst du Super Mario Oder welches Super Mario 64 Mal schauen Mh Aber bitte in der Speed Hack Version ne Ich mach das in gar keine Hack Version spiel ich das Es gibt ja Es gibt ja 0 Sterne Version Es gibt ja 1 Sterne Version Es gibt 16 Sterne Version Ja Es gibt ja auch einen Kaiser Hack Schon wieder Schon wieder Ja Na jetzt komm mit Es gibt es ganz viele Nintendo Kaiser Hacks Generell von Donkey Kong Mario Ich glaube von Yoshi auch 01 1 gab es davon ja D D Ach komm Warte mal Sag mal bitte leise Sprung Beides Jetzt Beides Okay Scheiße War ja wohl nix Aber damit würde ich sagen Bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest mit dem Flash Ciao ciao Tschüss